Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Dead Space 1 Part 7 sind wir. Ich mach jetzt mal weiter. Jetzt geht es nämlich zur Intensivstation. Da freue ich mich schon richtig drauf. Eigentlich ja nicht, aber egal. Also jetzt wird es mir keinen Spaß machen, weil es einfach nur total ist. Mal gucken, wie es hier... Alla ich schon... Ähm... Ich will da nichts sagen, aber... Alles in Ordnung, McCoy. Er ist hier. Du brauchst keine Angst zu haben. Ich wusste, du würdest kommen, wie du es gesagt hast. Ich... Ich habe das hier für dich aufbewahrt. Kann ich jetzt... Gehen? McCoy will mich... zum Shuttle... bringen. Äh... Interessant. Kinesemodul. Setzen Sie Kinesemodul ein, um Objekte zu bewegen oder zu werfen. Sehr schön. Oh scheiße, hab ich nicht geguckt, wie man es macht. Äh... Patrick, wie macht man es? Scheiße, jetzt weiß ich nicht, wie man es macht. Äh... Äh, ich glaube... Guck mal weiter. Ich glaube, ich weiß, wie es geht. Ah, okay. Und wie befreien wir es denn? Okay. Hier liegt... Ah, hier ist sogar was. Sehr schön. Okay, ich gehe weiter. Ich muss ja da lang. Ist ja klar, wo soll ich so ein Schlank? Äh, im Shop. Muss ich ja nichts kaufen. Ah, okay. Da kommt auch schon wieder die Aufgabe. Da ist noch Zuri-Tür. Heben Sie Schemata auf, um den Shuttle-Ideen zuzufügen. Was steht da? Um den Shop ob... Um dem Shop Objekte hinzuzufügen. Achso. Toll. Ich geh gleich zum Shop zurück und mach das mal. Ah, na, 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 na. Flammenwerf. Sehr schön. Okay. Aber den hau ich mir jetzt nicht. Ich geh zurück und geh weiter. Weil jetzt sind wir nämlich schon bei drei Minuten und es ist schon ziemlich viel passiert. Isaac, sind Sie noch da? Wir wurden angegriffen. Kendra ist tot. Gerade war sie noch hier und dann... Ich kann nicht glauben, dass ich sie verloren hab. Wir können das noch schaffen. Bringen Sie mir die Codes von der Rig des Captains und dann suchen wir Nicole. Die Crew hat die Tür zum Erste Hilfeflügel verbarrikadiert. Sie müssen sie sprengen, wenn Sie zum Leichenschauhaus wollen. Besorgen Sie sich damit in der Medikamentenausgabe und ein Shockpad aus der Zero-G Therapy am Ende des Flurs. Mit diesem Rauschen ist die Kommunikation zeitlos. Den Schluss habe ich nämlich verstanden. Die Teile bringen mich jedes Mal so zum Erschrecken. Ähm, wer Dead Space Extraction kennt, der wird den Raum hier kennen. Ich sag's nur mal so. Geld. Nochmal Geld. Nochmal Geld. Gut. Kiste. Lass mal Energie. Ah, lecker sieht's hier aus. Muss ich speichern. Ah, ich speichern nicht. Ich geh jetzt gleich weiter. Wo muss ich hin? Schnell weiter. Ich vermute, man stark ist aber die längste Fahrt, die ich je gemacht hab. Der hat sich bewegt, krass. Der hat sich grad ganz klar bewegt und ich hab's auch gesehen. Alle Waffen verfügen über einen alternativen Feuermodus. Alle Waffen verfügen über einen alternativen Feuermodus. Sekundärfeuer, äh, L1-2. Äh, okay. Ja, ja. Ja, ja. Und... Und da kommt bestimmt was, oder? Oh, ne, doch. Oh, shit. Oh, cool. Mein Bruder hat grad gesagt, ich soll mich drehen. Ich glaub, er hat nach Deutsch was. Ist egal. Hehehe. Nein. Ich hasse den Raum. Jetzt schon. Die fette Viecher, oder hasse ich jetzt auch schon? Gehen wir einfach mal den Weg entlang. Gefährliche Anomalie registriert. Quarantäne wurde aktiviert. Oh, oh, ne. Jetzt bin ich an solchen Scheiß. Abzweig. Abzweig. Hinter mir ist was. Hinter mir ist was. Oh, ne, doch. Oh, man. Ja, komm mit, Alter. Die sind auch so lahm und dumm, die Viecher, ey. Das ist ja unglaublich. Wahrscheinlich, weil ich einfach spiele. Oh, da bin ich gerade schon. Okay, echt? Ne, ist noch ein Scherz. Da scheint nur irgendwo was zu sein. Wahrscheinlich. Ich muss den Aufzug vermutlich hier. Schnell. Zeit, oben. Du hast Zeit und Bastel. Okay. Irgendwo hab ich noch ein Viech. Da ist. Und hinter mir war auch irgendwo was. Jetzt muss ich. Das ist brutal bei Death Race. Ich weiß nie, wo die kommen, die Viecher. Auch hinter mir. Oh, die Viecher sterben da ziemlich lang. Ja jetzt. Quarantäne aufgehoben. Danke. Vielen Dank, echt. Die Starse auffüllt? Ja, gut, schon auffüllt. Ähm, okay, das ist ein Speicherpunkt. Ähm, ich weiß noch, wie jetzt Schluss macht. Ja doch, ich mach's. Äh, ich bin in dem Part jetzt. Der ist zwar... Jetzt gerade acht Minuten circa. Äh, ist aber egal. Ich mach dann im achten Part einfach weiter. Ich hab ja auch einen Part, der geht nur sechs Minuten. Also macht's nichts. Okay. Intensivstation. Bis jetzt gefällt's mir nicht so. Also ich mein halt von der Brutalität her. Äh, okay, also wir sehen uns dann im achten Part ist ja schon. Ja, okay. Also, ciao.